Die Sendung wurde live untertitelt. Die Sendung wurde live untertitelt. Denkst du an die Krüterbusters? Die Leute sind klasse. Sie fressen alles. Ich finde, es wird höchste Zeit, dass wir endlich was unternehmen. Es müssen ein paar Hundert sein. Kritters 2. Mordsmäßig gefräßig. Wir haben nichts mehr zu verlieren, nur unser Leben.